Dieser Slidecast erläutert die Methoden von Abschreibungen. Wir stellen Ihnen im folgenden Slidecast das Prinzip der Abschreibungen vor und erläutern verschiedene Methoden von Abschreibungen. Dabei unterscheiden wir zwischen Zeitabschreibungen in linearer, degressiver und progressiver Form sowie Leistungsabschreibungen. Als Studierende der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management steht Ihnen in Ihrem Studium der vollständige Slidecast sowie viele weitere über den Online-Campus zur Verfügung. Eine Auswahl der Slidecasts können Sie sich schon jetzt auf unserem YouTube-Kanal anschauen.